hallo 6.2 und die kürbischen haben wir letztes mal schon gehört wir machen gleich mal eine geisterkugel weil die uns helfen kann glaube ich so für die es nicht wissen geisterkugel kommt von oben wieder ins spielfeld aber nur einmal leider doppel hier noch ein bisschen rorsch die kugel abräumen damit wir das leider auch gestehen und die pegel meister schön freudig freudig sich freuen so genau jetzt ist er nicht hier völlig frei aber den lasse ich erstmal weil er so getroffen wird ja glücklich aber zufolge also sehr kompliziert das ist so ein spinnnetz ist ja komm schon ja normal der freikugel in diesem level auch was ganz neues so geisterkugel auch noch okay war eigentlich so schlecht und noch drei kugeln ja okay noch zwei kugeln noch eine kugel das kann es echt nicht sein dass es jetzt nicht geht es geht aber auch nicht das was noch mal aufs neue um man die mit so ein bisschen platz schaffen naja naja das ist level gegensatz zu dem man davor war ist es ja echt sehr schwer okay wenn wir die einfach mal ja okay jetzt sagen noch mal eine krusel kugel wie heißt geisterkugel heißt so ganz viele kugeln mit fünf euro es wird wieder ein das wird wieder so schwierig das level ist echt verdammt schwer halt dadurch alle alter das ist echt bescheuert das sieht gut aus ja orange angriff sehr schön noch drei kugeln wir bekommen bonus wenn wir alle abräumen oder wie sie nicht auslachen so aus erzählen also ich bin doch behindert ich bin doch nein also ich hätte gedacht ich will kommen die jetzt nicht welche ich bin das gewesen total bescheuert und sogar noch hunderttausend ja sehr schön super toll so mein gott was bist du für einer achte auf die fünf bampers ich glaube mal bampers was sind die fünf bumpers bampers über der kruppe 5 bumpers was ich verstehe es nicht nach dieser dinge da 1 2 3 ich schieße mal ab was solche darauf achten ist schlimm oder was irgendwie nicht das geräusch ist nerviger aber sonst schade ja an sich ganz gut so haben wir noch mal eine geisterkugel ja also diese freikugeln die wir immer bekommen das nicht sehr sympathisch und spiel und diese auch und die fast wäre es eine gewesen okay wir müssen hier ein bisschen aufräumen weil hier so viele rumspacken so viele kugeln okay hier ist noch eine und dort noch eine ach da ist eins davor jetzt merke ich es erst du kacke scheiße komm ja danke freikugel wie komme ich denn dahin ich frage ich mich grad ich verstehe es noch nicht die bumpers ich kann nicht durchgehen irgendwie ja nicht die sind echt doof diese bumpers ich frage ich verstehe nicht wie er da hingekommen sollte der zudem punkte es funktioniert noch nicht mal okay wir was noch mal ja diesmal sind doch trotzdem einfach mal in die masse rein schießen ja schon eine freikugel okay das war ein schlechter schuss gebe ich jetzt so so der war auch nicht gut war extrem schlecht komm wieder nein okay durch die durch es ist doch nicht ernst ja bleibt da bleibt da rein genau so soll es sein so muss technik fast so so kommst du noch mal der plan geht auf so darunter geklärt okay nochmal freikugel naja ja glück 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 war dabei so ok nicht da drüben da bringt sie mir überhaupt nichts ja 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 ich hab die toten winkelkugeln weg oh ja es sieht sehr gut aus jetzt noch die kugel und die hier noch geht es doch herr extra für entscheide dich mal wo du hingehst also entscheide dich ja also der entscheidet sich nicht wundert geil dann wird jetzt heißen ja wir haben nein doch acht millionen geknackt ach wir sind wir super wir gehen dass wir wieder das hauptmenü denn das war eine der nächste partei paar 13 was hoffe ich dass ich sie nicht falsch sagt aber es war ein paar 13 sage ich einfach mal ich habe es euch gefallen der part war ja auch recht unterhaltend hoffe ich falls sie irgendwelche andere jungen haupt ich nehme bei pegel nicht so viel in voraus auf er ja spontan wenn ihr irgendwelche tipps habt dann schreibt mir einfach andere jungen die stars ananas schreibt mir in die kommentare und ich sag tschüss euer zck zu dem er freak Musik 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 Musik